Hallo, ich dachte, es ist die perfekte Gelegenheit, mal die Kamera vom S3 auszuprobieren. Wir haben nämlich was auf Amazon bestellt. Und hier ist schon der erste Teil, ist gerade eben angekommen. Und ich dachte, probieren wir es einfach mal aus. Das wird ein ungeschnittenes Video. Ja, es war schnell da. Dienstag bestellt, Donnerstag da. Ja, ich freue mich schon. Wir haben einmal eine Handyhülle bestellt, eine Faszienrolle und neue Kopfhörer bekommen erst später. Wenn meine kaputt sind und die, die ich gerade habe, sind kaputt. Und die, die beim S5 dabei sind, Und da haben wir uns auch noch welche gestellt. Aber jetzt gucken wir erstmal, was da drin ist. Schlau. Also mal wieder jede Menge Verpackungsmöhe. Und da haben wir auch schon das erste. Und zwar eine Schutze von der Kirafel. Das war cool, da kann man dann das Handy rein tun. Und auch rausziehen. Und die ist von Miki und hat 12 Euro gekostet. Und dann das zweite. Was hier noch drin ist, ist eine Faszienrolle. Wobei ich nicht ganz verstehe, wozu die so unbedingt gut ist. Irgendwie für Massage oder so. Und das ist schon mal eigentlich... Ich war der Meinung, ich hätte eine andere Farbe bestellt. Aber ja, auch nicht schlecht. Die ist aus Styropor. Und damit soll man irgendwie 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 was massieren können. Einfach durchgucken. Und ja. Das war es auch schon mit dem kurzen Video. Und ich bin mal gespannt, wie das Video mit der J5 Kamera nachher aussieht. Und ich werde es nicht schneiden. Viel Spaß beim Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.